Carlo Rea Lili ist ein italienischer Schauspieler, Cutter und Synchronsprecher. Bekannt wurde er als Nebendarsteller in Filmen des Duos Bud Spencer und Terence Hill. Rea Lili seine Stimme unter anderem ihren MC Diamide als Senator Palpatine in Star Wars II und Star Wars II sowie den Darstellern Steve Martin, Ken Jenkins, Dominic Cianeschi, Danny DeVito, Bob Hoskins, Geoffrey R.U.S.H. und Michael Higgins. Filmografie 1964 1564 Michelino Cucchiarella 1966 Il Conte di Monte Cristo 1969 Besiget 1971 Freibeuter der Meere 1971 Ire Conti di Padre Braun le Colpe del Principe Saradein 1973 The AGE of Cosimo de Medici 1974 Wild Ox 1975 1975 Uwe Robert Goldorak 1977 Il Mostro 1978 Plattfuß in Afrika 1978 II sind nicht zu bremsen 1978 Sie nannten ihn Mücke 1978 Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen 1978 Ein Käfig voller Narren 1980 Bad die Haut den Lucans 1981 Eine Faust geht nach Westen 1981 Bananadio 1985 zu 1987 Allein gegen die Mafia 1988 Skandal in Verona 1997 2 Engel mit 4 Fäusten 1998 1998 Frivole Lola 1999 Falkone im Fadenkreuz der Mafia 2004 Kate Labisbert Erotica Domata Katta 1969 Ein Atemzug Liebe 1969 Baron Blott 1969 Flashlight 1971 Djangos Der Tag der Abrechnung 1971 Im Blutrausch des Satans 1971 Kopfgeld für Chaco 1972 Afrika Erotica 1972 Fünf Klumpen Gold 1973 Das Rattennest